So, wir haben jetzt die eine Persona, wir haben Social Links mit Yusuke, wir haben immer noch keine Quests, aber wir haben einen Velvet Key bekommen. Ja, wir haben sonst auch noch nicht viel. Jetzt ist nicht ganz klar, warum wir auch Skills haben. Und unsere Persona hat, glaube ich, die gleichen Skills. Haben wir die Skills, weil die Persona die hat? Also, wenn wir hier Persona-Informationen machen, dann stehen genau die Skills da unten, nämlich. Bin mir nicht ganz so sicher. Und ich würde, glaube ich, die Background-Musik doch wieder leise stellen. Die ist mir ein bisschen zu laut. So ist besser. Und was war zuletzt? Achso, wir waren hier beim Schmied und haben einen Skill besorgt. Und unsere hier Yurikiko ist verschwunden. Die wollten wir jetzt raussuchen. Okay, ich habe die Skills, weil ich Persona-Informationen habe. Okay. Did you come to look at Yumei's, Yumei's, Yumei's son's book 2? This bookstore only says, book specially selected by the owner. It's a special, a specialty bookstore. Carries a vastly different selection than what June says. It's fun to see what they carry next. The next shipment date is April the 20th. Also, in drei Tagen. So, we should come look to. Oh, the books grab your interest. Okay, hier kann ich erscheinend irgendwann mal Bücher kriegen, die ich cool finde. You have no need to enter here. Wow. Ich weiß noch nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Wenn wir da was... Hier bist du. You know that what makes life easier when I'm taking walks or shopping? The submenu button. With just a press the submenu button, you can come and go as you please. Ah, the wonderful submenu button. But, never present, press me anytime submenu. What the fuck? I know this is all kind of weird, but please don't think too strangely of me. A delay? I think it's kind of later on. Also, ich hab's so live, wie es geht. Schon. Ich hab's so live, wie es geht. Es sollte kein Delay haben. Außer 5, 6 Sekunden. Die hat man normalerweise immer bei Twitch. Aber unter die kommt man nicht runter so einfach. The boy Nana-chan was with... Nana-chan? Ähm, dein Delay findest du raus, wenn du in den... Beim Stream hast du doch diese Einstellungsoption. Und musst du mal in die Advanced Video Options gehen. Und ich glaub, dort gibt's einen Schalter, ähm, um Videodetails einzublenden. Und da ist das Delay zum Broadcaster dabei. Das ist ein realistisches Delay, das du hast, wann du mein Bild siehst, nachdem ich's abgeschickt hab. Wie viele Sekunden, dass das insgesamt dauert. Ähm, steht dort dabei. Ich hab keinen Command dafür sonst. Okay, if it's you, okay. I think I'll brag to you. What? I have a younger Twins, that we're lucky twins. Isn't that amazing? 8,5 Sekunden ist relativ normal. Also zwischen 5 und 10 Sekunden ist normal, würd ich sagen. Isn't that amazing? That's amazing. Isn't it? We're the same in every way and my sister totally worth boasting about. Wo's denn die Twins dazu? Oh, hier läuft jetzt rein. Uuuu, essen. Äh, willkommen. Komm, talk. Well then, young man, nice to meet you. You came from the city, hm? So you are in the middle of some hard times, eh? The store may be a bit sloppy, but please take your time to look around. Kann ich n hier kaufen? Ah, Medizin. Oh, 850 kosten in Medizin. 100 für alle Allies. Aber noch zweimal Medizin. Brauchen wir jetzt, glaub ich, noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so müde bin. Wahrscheinlich, weil ich schlecht schlafe. Aber das ist immer noch zu. Deswegen können wir hier nicht checken. Immer noch das Gefühl. Moment. Wenn ich hier lang laufe. Ich hab manchmal hier einen Check-Button, oder? Okay. Ab dem 23. Können wir also erst neben-job. Okay. Ab dem 23. Können wir also erst neben-job. Jobs machen. Okay. Das Beste bei der Persona-Reide ist die gute Hintergrundmusik. Ja, aber wenn sie zu laut ist, ist es nervig. Aber so wie es jetzt ist, okay. Da ist ein Bulletin-Board. Schau an die Drop-Openings. Ja, da sind keine Drop-Openings. Schau an die Poster. Same Poster, das war in der TV-Bereide. Willkommen. Our food is freshly made and tastes incredibly great. Oh. Oh. What do you want to buy? Steak, school, don't buy anything. Grilled steak, croquette, super croquette. Ich bin, Alter, aktuell kein Steak. Ich hab jetzt zwar Bock noch was zu essen, aber... Nicht in-game. So, wer bist du? Young woman. The murder of your mom announced of us. She had an affair with the councilman's secretary, right? It seems like a scene out of a drama. It doesn't seem real. Man gazing at Tori. Wer ist ein Tori? Hey, did you know? There's been rumors forever about those things appearing at the shrine. What am I talking about? You know, those things. I never seen one, so I don't believe it is it in the slightest. This place is a playground for kids during the day, so you might not know how different if he is here at night. Okay, da können im Prinzip, ich soll nachts mal hier zum Schrein kommen. I tell you, it's scary. You can't even take one step inside if you don't have the courage. Ah, Tori sind die roten Schreiner. Äh, die roten Toren beim Schrein. Okay. Did you hear about that incident too? It's so scary, isn't it? It's horrible. Ever since I got married and moved out to the country, I thought I'd be safe or way out here, you know. I have to start locking the doors at night. I have to tell my neighbors next door to do the same. The old man? Did you hear, youngster? There was a murder. A murder. It's absolutely deplorable. I have lived here for 80 years and I never would have thought something like this would happen in this town. This is an insult to my beloved town. All the honest people who live here. Agile deplorable. Ich muss wieder mein, mein Dingens aufmachen. Äh, hier. Dicts.cc. Was ist denn deplorable? Deplorable. Bedauerlich. Aha. Bedauerlich. Deplorable. Machen wir noch ein bisschen Vokabeltest. Textil-Shop. No reason to be in here. Oh, Gott. Bis eben war ich supermunder. Jetzt geht's ja sowas los, ey. Entschuldigung. Oh. Oh. Everybody knows about the murder, don't they? It's all I ever hear. Murder this, murder that. Did you see those pictures of Mayumi Yamano's corpse? You know, the news announcer, it was on Tuesday the 12th. She was found hanging on an antenna on the house near the river in Inaba, this very town. The next victim was from a nearby school. If memory serves, it was Yasugami High. Now I don't know the victim, I just know what I saw on the news. I'm just an elementary school teacher. The kids I teach, know more about society than I do. Tja. Vielleicht sollst du dich mal ein bisschen für die Society interessieren. Wer bist du? Motorcycle lover. A motorcycle is the embodiment of a high school of youth. A kid who has a bike is in control of the best state of his life. With a motorcycle you can zip through Inaba and your youth. That's why I'm going to become the motorcycle racing king of Inaba. Oh, den kann man bestimmt später noch... Ich will ihn noch herausfordern. Aber hinter ihm ist kein Motorcycle, sondern ein Fahrradschuppen. Well, if I ever get one right now, it's more of a conceptual title. Ich will Alkohol kaufen. Lass mich doch Alkohol kaufen. Okay. Ich glaube, hier ist nicht viel und ich kann noch mal kurz in den Schreien gucken, aber ich glaube doch, da wird nicht viel sein. Ah doch, es ist nicht immer die Leute. Catching Bugs makes me thirsty. I really want some Tapsoda. I spent all my allowance. Oh well, I'll just drink water. Okay, dem kann ich also Tapsoda mitbringen, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwas dafür. I guess. Ich bin nicht, wo ich Tapsoda herkriege. Moment, aber Tapsoda? Ist das nicht der englische Begriff auch wieder für Leitungswasser? Aus dem Tab trinken ist doch aus der Leitung trinken, oder? What do you want to play today? Shota? I want to play princesses. Shota ist für mich ein Gattungsbegriff und nicht ein Name. Ist Shota auch ein Name? What? I want to catch Bugs. Okay, nee. Es ist ein Gattungsbegriff für willensschwache Jungs oder willensschwache kleine Jungs. My friends had a bunch of different Bugs live in the trees around here. No, you are going to play with me. Hey, you can catch Bugs when it's dark. But my mom says I can't go outside at night, so... Okay. Aber ich vermute mal, hier können wir auch noch irgendwas finden, wenn wir nachts hier sind. Jetzt müssen wir mal schreien. If on the future works, there is nothing inside. Damit dürfen wir nicht reden. Hier hinten. Okay. Okay, sind wir uns zum zweiten Mal erkundet. Und wir haben ihn nicht mehr gefunden. Wir müssen wahrscheinlich mal nachts herkommen oder ihm Tabsola bringen und irgendwo Tabsola finden. Lass mal was trinken. Okay. So. 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 sollten dann zu food code gehen lief shopping district er tut uns jetzt mit links geht es jetzt go wirklich stick out dass es nicht hilft dass wir in der schuluniforme an sonntag ich habe die sache nicht ausgerüstet es ist nicht zu kalt ich gehe gut, aber nicht zu spüren, verstehe ich? auf geht's wenn wir die brillen auf sie die brille aber noch nicht wow it really is that bear from last time what are you doing can't you tell i'm thinking about stuff it seems he's been thinking about himself all this time i've been deliberating over it for a long time now oh man die punze that wasn't a bad joke so did you figure anything out it's probably useless to think about it too much i've seen the inside of your skull and it was empty wow how rude yep you're right though i try and try but nothing comes out of my head you guys shut up now is not the time for stupid jokes listen someone came here yesterday right wow there's a girl with a better nose than me what's your name miss miss i'm chie but never mind that tell me more about that someone i think it happened a little after i talked with you guys after that it felt like someone was here is it youkikosan i don't know i haven't looked at me the presence is over that way that's probably where they are over there huh yeah y gedrückt war keine gute idee y scheint ein vorspulknopf zu sein äh ich wollte eigentlich gucken ob ich ins menü komme um noch sachen auszurüsten die haben noch nicht ausgerüstet habe ich glaube eine eine ausrüstung habe ich gekauft habe ich gekauft nicht ausgerüstet a castle you think this is the place they showed on tv last time yep is it you're positive that no one's behind a camera for that bizarre midnight program program i don't know maybe people on your side can see stuff in this world it might be that and i told you before there's only me and shadows here that's on shadow there's no camera stuff going on this world has been like this from the beginning from the beginning that's what we don't understand i don't know can you guys explain everything about your world i've never seen this program thingy before so i don't know you're missing out head you're on to be honest zeigen well is that really what's happening are we really looking into this world because the first time yukiko showed up on that channel was before she disappeared doesn't that seem off i mean yukiko saying stuff like score myself a hot stud yep that's not like her at all correct score start yeah i couldn't believe it either yukiko san would never say anything like that genau deswegen was erschaffen i wonder is this kind of like what happened to me last time there's a lot of stuff i still don't get but after hearing your story i think that program happens because of the person who appears on it or something like that hmm so yukiko is producing that show herself i don't get this at all hey do you feel yukiko presence from inside i'm pretty sure okay so um what's this scoring with a hot stud thing yukiko's here i'm going on ahead no jeff hey wait don't go alone oh jeez we better follow her oh teddy come on mitties mom she ran off on her own there are lots of shadows in the castle it'll be dangerous inside for a girl by herself dude are you serious why did you tell us before come on let's fight g okay y equip ah genau t-shirt chainmail er kriegt dies weniger defense und mehr evasion genau um 2 so normal ist hier schon ein long t-shirt i don't know ob das gut ist und hier haben wir noch nichts und hier haben wir noch nix und hier haben wir glaube ich auch oh winter klaus ist winter hier so ein outfit haben wir für mich auch ein anderes outfit ja wir haben für mich ein winter outfit ja wir haben für mich ein winter outfit das ergibt ja gar keinen sinn dass wir jetzt in winter klamotten tragen wollen so und hier haben wir noch alles gekriegt Moment mal Soda kann man schon Peach Seed. 20 HP, das ist ein kleiner Heal. Revival Beat, Raphs, an Edda, und sowieso ist 50% of HP, uuuuuh. This is bad, Ben. We better hurry up the G. GA. Let's go. Be careful, ja. She hasn't gone that far yet. She ran off all alone. Damn it, let's go. Wait a second, the shadows have gotten aggravated ever since you two got here. They'll probably attack as soon as they find you, Sensei. So try to get the jump on the shadows before they can attack you. Red the action button to attack. Try and land the attack so that the shadow does not make the first move on you. Ah, okay. Enemy advantage, damn it. Ich dachte... Moment. Warum sind wir so verteilt? Was kann ich denn hier? Tactics machen? All members. Act freely. Pull the sword. Attack? Nee, nicht Attack. Skill. Ich gehe davon aus, weil die so ähnlich aussehen wie die anderen, dass das hier der Effektiv sein wird. Sehr schön. Das funktioniert schon mal super. Super. Let's go. Shuffle time. Was ist denn Shuffle time? Do you see mysterious cards before your eyes? Do you recall what Igor told you? When you defeat an enemy, the seeds of possibility you attain will appear before you as cards. Das sind die Attacken, oder? Die wir lernen können. At times, they may be hard to grasp, but you must master your fear and reach out to them. If enemies are defeated, a shuffle time may occur and a number of cards will appear in your mind. These cards have various effects, but drawing a Persona card will allow you to obtain a Persona. The obtained Personas can be used in battle or they can be fused in the Velvet Room to give birth to new Personas. In most cases you will only be able to draw one card. Select a card that you need depending on your situation. enemies won't notice you until changing floors or once the next battle ends. Pixie Magician Level 2. Triggering one more during battles and defeating all enemies with an all out attack makes shuffle time occur more. Oh, also es ist nicht immer, okay. Triggering one more attack during battles and defeating all enemies with an all out attack was end, and then wo die alle genocked downed waren. Max shuffle time if you want more. Use this knowledge to defeat enemies in a way that gains the maximum amount of rewards. Okay, das haben wir grad nicht bekommen. The card of Persona Pixie. You have welcomed Pixie into your heart. Item Big Incisor. Oh, was das bedeutet. Feld des Search Engines schon. Level 3. Ne, Level 4 bin ich. Er ist Level 3 geworden. Isanaga... Isanagi learned Racunda. Was hat man das bedeutet? So, jetzt war die blöde Frage. Ne. Personas. Ich kann aber nur einen davon ausrüsten. Persona Stadius. Diapatra. Weak gegen Feuer, stark gegen Wind. Die Persona Stadius. Erlösen. Von der Persona Stadius auf dem revise. Super, weak die Persona. Und sacht. Wir reopen. Ich glaube schon mal. Der Versache ist, dass wir das hier auch schlugen. Perster ist auf das. Erlösen. Aus dem Compare. Der Versace ist im Ausland. Erlösen. Erlösen. Der Versace ist, erlösen. Auf dem aber ein Mal. Erlösen. Ich glaube noch nicht. Oder die Personas. up. Slide restores one allies HP. Patra dispels Panic, Fear and Rage. One ally. Wakunda decreases one force defense. Decreases... Wakukaya increases defense. Theo and Cleave. Okay, der hat hier Wind Spash. Kann ich hier einstellen, wie die Steuerung nicht invertiert ist? Keyboard Gamepad. Character movement left. Confirm action cancer. Action field done. Submenu. Ah, X. Formalenmenu Y. Rotate camera right and left darf ich nicht machen. Wie darf ich ein Ding nicht ändern? Das ist doch Bullshit. Box Populi Display Floor mit TB Overlay Rescue. Stay in one Snuff Soul. Dass das falsch rumdreht, irritiert mich hart. Was ist denn das? Das ist doch dumm. Wer macht denn sowas? Das macht mein Gehirn kaputt. I found the stairs. Das geht also hier hoch. Okay. Ich glaube, ich sollte relativ viel clearen von den Dungeons, die wir jetzt hier haben. Um eventuelle Personas und ähnliches zu kriegen. Falsche Attacke. Ich wollte Attacke eigentlich drücken. Fuck. Oh. Aua. Ich hätte übrigens bei dem anderen, glaube ich, die Direct Commands. Kann ich das besser steuern. Und ich denke, wir können hier Zio auf den machen, um den zu killen. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, heilen. Aber ich kenne die. Ich darf nicht wechseln, ne? Das ist ein Rush eigentlich. Das ist ein Y. Ich will nicht Y drücken. So, Skill. Mal sehen, ob der gegen Wind empfindlich ist. Ja, ob der ist gegen Wind. Sehr schön. All out attack. Let's go. Perfekt. Shuffle time. Enemies won't notice you until changing floors or once the next battle ends. Partial HP recovery for the entire party. Obtained money increased. Ich glaube, ich würde gerne einen... Rank 1 Cup Card. The entire part of HP SP... HP SP has been restored. Sehr schön. Big in size idea paper. Aha! Level up! Yosuke! Personage has leveled up. Strength increased by 1. Was ist ein N Energy? AG ist Agility. Nice. Noch ein Peach Seed, wo wir gerade zwei verbraucht haben. Vorne haben wir noch eine Abzweigung, die wir nicht genommen haben. Was ist mit dem Treffen? Muss ich noch ein bisschen gucken. Aber mit B kann ich es zentrieren, die ein Blick. Das ist ja ganz geil. Ach, es läuft ja darüber. Ach, wir haben Advantage. Sollten wir zumindest haben. Wurde es nur einer. Hey, warum darf man jetzt zuerst angreifen? Hey, du bist gegen Wind. Schwach. Aber eigentlich sollten wir dich direkt damit killen können. Let's go! Passen wir euch irgendwas? An Unlock Attack? Ne, oder? Das war easy. Oh, da kommt noch mal ein Enemy. Okay. Der ist aber gegen Zero in die Schwach. Gegen Lektron. Dann machen wir nochmal down, dann machen wir wieder einen All Out Attack. Let's go! Das war ziemlich easy, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen auch Tutorial-Kämpfe, wo man lernt, wie man dagegen kämpft. Aruxan, Shuffle Time! Komm, geben wir was Gutes. Get Chest Key. Obtain a Chest Key. Experience increased. Recover. Die haben wir schon. Können wir die jetzt nochmal? Bringt uns das was, wenn wir die nochmal uns holen? Dann können wir sie fusen, oder? Ich nehme mal einen Chest Key. Mal sehen, ob das uns sowas bringt in der Zukunft. Temperance Arcana. Tainted Chest Key. Oder Lealoxan, übrigens. Was heißt denn hier komisches Spiel? Glückwunsch, Sensei! Ja, jetzt bin ich auf Persona Level 5. Es ist halt wie Pokémon in einem anderen Setting so wissen. Sensei, was ist deine Gesundheit? Äh. Peach Seed. Auch mal wissen, die Peach Seed ist reingehauen zum, zum, zum heilen, weil im Kampf brauchen wir glaube ich andere Sachen mehr. A treasure chest. Okay. Vanished Wall. Was ist denn Vanished Walls? Toll Drops, Snuff Soul, Restores 50 SP. Okay. Vanished Wall. A treasure chest. Of escaping a battle. Some battle is inescapable. Okay. Okay. Dark incisor. Part of lying haplery. The owner of data ram may be able to... Ah, okay. Das ist also Crafting Stuff. Ist das 800x640? Ne, ist es eigentlich nicht. Das ist 720p. Und bei mir ist es Full HD. Aber das ist nicht so, so gut aufgelöst. Der hat, da ist so ein TV-Filter drüber. Es kann sein, dass das bei euch dadurch ein bisschen merkwürdig aussieht, weil es halt klein skaliert wird. Also da liegt ein TV-Filter drüber, den ich glaube ich nicht ausstalten kann. In der, dem Bereich hier gerade. Aber eigentlich ist es Full HD. Sieht aus wie DS-Bildschirm. Wie gesagt, es ist nicht so wahnsinnig... Es ist gut aufgelöst. Aber es ist nicht so natürlich detailreich, was die Grafik angeht. Das stimmt. You are good at fighting sensei compared to Yozku's things. Wow. So I do gotta admit you have a neck for this stuff. Doesn't he? So you should be the one to give Yozku orders during a fight. You can give orders to your allies during combat with a tactics command. Das habe ich schon gefunden. You can give your allies news orders on the field by pressing the submenu button. It ticks me off to hear Teddy say that stuff, but I don't wanna cause trouble doing my own thing in battle. Don't hesitate to order me around. I'm counting on you. Talk to the others. Change battle take nothing. Talk to the others. Kann mit Yozku reden? She is that girl. Let's hurry after her, Ben. Okay. Das hat mir glaube ich nicht sinnvolles. Ja, sie ist. Chishan ist da. Open the door. Yes. Oh, wir haben glaube ich unsere Skills. Unsere Skills haben müssen wir glaube ich auch aufladen, ne? Im... Im Dungeon. Das hätten wir vielleicht noch tun sollen. Chie? Ist sie das oder ist das schon ihr böses Selbst? Chie? Chie? Yukiko? Schnee? Schnee? Schnee ist kalt und es meldet schnell. Es ist transient. Wirklich. Wirklich. Aber es ist perfekt für mich. Außerhalb des Endes, ich bin wirklich. Oh, wow. Still... Chie hat mir gesagt, dass Red mir gut sieht. Sind diese... ...Yukiko-sans inneren Gedanken? Ich erinnere mich auch Saki-Senpai zu hören. Ja. Dieses Kastel ist wahrscheinlich hier wegen dieser Yukiko-Person. Yukiko? Chie war der einzige, der mein Leben Sinn hat. Sie ist stark und stark. Und sie kann alles tun. Sie hat alles, was ich nicht. Ach, so ein Bullshit. Yukiko. Du bist ihr Freund. Chie schützt mich. Sie schaut nach meinem wertvollsten Leben. Also das... In dem Selbstwertgefühl hat sie es nicht so, ne? Und ich... 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 ...ir nichtico. Chie ist so kind. Yukiko... Ich... Chie ist so kind, hm? Was ein Guck. Oh, jetzt kommt Gis in der Ding. Naja, allaklar. Oh, jetzt habe ich Enter gedrückt. Ups. Ah. Chiya ist auch neidisch auf sie. Xan, du magst wohl keine Story-Spiele. Nein, ich habe das nie gedacht, was wir tun müssen. Wir müssen Chie-Chan jetzt protecten. Nein, komm nicht näher an mich. Schau nicht an mich. Chie, calm down. Nein. Nein. Das ist nicht ich. Doch, irgendwie schon. Warte, dumm. Nicht so etwas anderes. Das ist richtig. Ich bin derjenige, die nichts alleine tun können. Ich kann nicht als Mädchen gewinnen, alleine als Person. Ich bin pathetisch. Aber Yuki-Ko. Sie verpasst auf mich. Das ist, warum sie mein Freund ist. Ich werde sie nie verlieren. Sie ist zu wichtig für mich. Nein. Das ist nicht so, wie ich über sie denke. Okay. Also, du wirst ihr nur wieder zurückkehren und mich wieder verhindern? Ich bin scheiße. Nö, bist du nicht. Doch bin ich. Deswegen mache ich jetzt irgendein Bullshit, damit du etwas zu tun hast. Ne, ist es ja nicht. Es geht ja in dem Spiel hier darum, dass Teenager ihre dunkle Seite, ihre innere dunkle Seite akzeptieren und mit ihr umgehen lernen. Es ist eine Coming-of-Age-Story im Endeffekt. Deswegen gibt es diese dunklen Zwillinge und diese depressingen Gedanken spielen eine große Rolle. Aber Dinge sind jetzt anders. Wenn die Zeit kommt, werde ich derjenige stehen. Du, mein Weg. Ich bin immer du. Du, mein Weg! Also keine Story, die dich interessieren würde. Das kann natürlich sein, ja Ich finde sie ganz cool gemacht. Tatsächlich. Du bist nicht ich! Es kommt! Du musst deine Macht nutzen, um Chi-Ai-chan zu retten! Let's go! Save Chi-Ai-chan! Ach, sie sitzt auf denen, sie starben nicht übereinander. Drei, nicht zwei. Stürm den dritten hab ich nicht gesehen. Ja, aber ich starb nicht. So, jetzt ist die Frage, ob wir direkt... Wir haben glaube ich keine Infos über sie genau. Wir haben keine Infos. Ähm... Ich werde einmal zieren probieren, ob sie dafür... ...weak ist. Nein, ist sie nicht. So, ist sie gegen Wind weak. Gegen Wind ist sie weak. Nice. Let's go, Partner! Diese Stimme ist ja in der 90s-Style. Okay, das war auf jeden Fall gut Damage. Das ist so, dass du nicht verstehst, ohne ein wenig Pfeil! Null bevor mir! Uh! Uiuiuiuiuiui! Das war intensiv! Du bist okay? Das kam richtig auf die Nase. Der ist halt... Ich muss eigentlich ihn immer, immer... ...garden lassen, aber er ist gleich nicht auch derjenige, der... ...die besseren... Boah! Wind resistance. Okay, jetzt hat sie Wind resistance. Ähm... Was war das? Decrease is one four... Achso, hier... Ne, Moment, wo hatte ich's denn? Oh, jetzt hab ich das gar nicht, weil ich's nicht ausgerüstet hab. Defense. Defense reduction. Defense down. So, jetzt können wir aber wieder... Ach nee, hat sie das noch? Weiß nicht, ob der Buff noch zählt. Der hatte vorhin ne Wind defense. Ah doch, der ist ein Resist. Shit, Aua. Ich könnte die Persona wechseln. Dann habe ich jemanden zum Heilen. Ah, das war nicht... ...dich so... ...nicht so smart. Da sie eh immer auf Yosuke geht, kann ich, glaub ich, einfach attacken. Weil sie resistet auch dem, dem Schwertangriff. Der soll dann mal guarden. Shadow G looks a little... Okay. Da hab ich, glaub ich, zu früh geguardet. ... ... ... ... ... ... ... der, der hier immer angegriffen wird. Deswegen machen wir dem seinen Defense ab. Weiß nicht... Zählt das noch? ... ... ... ... Ah, das war intensiv! Du bist okay? Das ist nicht, was ich wollte! Oh, 49 gibt es! What?! Ich bin nicht so wirklich... Okay, Xan, kommst du dann später zum Golf-Hits-Spielen wieder mit dazu? Oder wie sieht das da aus? Mach mal hier nochmal die Zinfanzierung runter. Inzwischen aber irgendwann essen. Ja, das ist ja vollkommen fein. So, wir haben nur ihn. Der hat auch noch viel, okay. Aber der Wild-System müsste dauernd sein von ihm. Oh, ist es nicht? Es war doch vorhin gerade. Siehst du gerade Wind-Resistance-Stone? Äh? Er ist stark gegen physische Sachen. Herzlichen Dank. Okay, das macht aber 67. Defense reverted. Das ist unsere Defense reverted. Aber ich sehe hier nicht, was für Buffs er hat. Ich gaube mich jetzt mal. Fuck you! Ich brauche mal hier was dickeres. Green Resistance reverted. Okay, jetzt kann ich sie also angreifen. Und jetzt soll ich mit Wind hier auch Knockdown können. Jawohl. Let's go. Auf. Auf. Auf da. Aber sie sind unsere Freundin. Defense reverted. Green Wall. Wind Resistance increased. Okay, jetzt hat sie wieder Wind Resistance. Increases one. Äh da, die Fans. Ich muss mich übrigens mal heilen. Das hört mir gerade so auf. Ich hätte gerade ihren Defense benutze. Ich gehe davon aus, sie würden ihn jetzt nicht knocken. Dementsprechend heilen wir mal. Sie greift doch an. Aber es ist der AOE. Okay. Der ist nur halb so schlimm. Das war auch der HL. Das hier. Sie heilen ihn auch mal. Ich brauche nämlich die Item nicht so sehr. So, und du wirst jetzt Garten. Weil ich denke, du wird jetzt wieder... Okay, nach dem AOE macht die Würde. Scheiß Viech. Dann halt Sio. Damals zumindest normalen Angriff. Und du guardest wieder. So, Wind Resistance reverted. Also, let's go. Alles draußen haben. Give him... All our attack. Ruf da. Don't make fun of me! Green Wall. Okay, der macht immer die Wind Resistance Increased. Will wieder seine Assistenz increaseen, weil er permanent angegriffen wird von ihr. Aber sie hat nach der Green Wall eigentlich immer nur geguckt. Immer nur geguckt. Und daher würde ich ihn noch mal heilen, so dass er das überleben. Ich hoffe, es ist jetzt nicht Zufall gewesen. Ah, es war Zufall. Ah, wieder der OA wenigstens. Okay. Ähm, wir können weiter mit Zio reinknüppeln. Aber sie hat die Wind Resistance immer noch. Wir Garten. Sie hat immer noch Wind Resistance, ne? Die Garten wieder. Wind Resistance revertet. Fakt. Wird man irgendwas davon, wenn ich Pixi benutze? Kann mich selber noch mal heilen. Defense Reverted. Skill. Wind. Rufdown. Ich habe es jetzt mit dem All-Out töten, das wäre super nice. Ich sehe, wir kriegen am besten ein Loot, wenn wir das machen. Nur 41? What? What? Wir garten halt wieder durch, bis wir wieder dran sind, bis wir die Wind-Resistance weg haben. Würde ich sagen. Wind-Resistance weg, sehr gut. Jetzt müssen wir uns aber töten können mit einem Knockdown. Das heißt aber... Wir heilen ihn mal nochmal. Sicher ist sicher. Und er macht jetzt seinen Wind-Skill. Das war zumindest ein Weak-Kill. Das war kein All-Out-Kill, leider. Ich dachte, er hat vorhin beim All-Out, da kriegt sie mehr Damage, aber hat sie nicht. All im Set geschafft. Fixie, level up. Magic, was ist denn Lou? Fixie, learn CO. Ah, jetzt kann sie auch das Blitz-Ding. Okay. Level up, strength. Magic, agility. Muss mir die Stats mal genauer angucken. Wir haben aber kein Item von denen bekommen, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das ist wichtiger. Es ist nur ein Teil von dir. Er ist richtig. Ich ging durch das selbe Ding. So kann ich es verstehen. Ich meine, jeder hat so eine dunkle Seite. Ja, ich verstehe es jetzt. Du bist mir. Eine Seite von mir, die ich nicht vergeben konnte. Die ich versuchte, zu ignorieren. Aber du existierst trotzdem. Die Strecke der Hörer kreiert, um sich selbst zufrieden, wurde manifest. Ich finde es ganz cool, die Designs von den Personas. Die sind echt cool. G ist zufrieden der anderen selbst. Sie hat die Fassel, die sie benutzt, um die Leidenschaft zufrieden. Die Persona Tomoe. Ich vermute mal diese... Ich... Ähm... Es ist wahr, dass die Teil von mir so fühlt. Ich vermute mal aber, dass ich diese eigenen Personas, die charaktergebunden sind, so ein bisschen... Also auch meine eigene, die kann ich nicht fusen wahrscheinlich, ne? Also ich kann die theoretische Equipen anders. Zumindest bei mir selber. Aber ich kann wahrscheinlich meine eigentliche Person nicht wegfusen. Oh, sie ist ziemlich geschafft, klar. Ich bin okay. Ich bin nur ein bisschen schmerzt. Du siehst überhaupt nicht okay. Und ich vermute, dass du das gleiche Kraft, das wir jetzt haben. Wahrscheinlich. Hey, was sollen wir tun? Für Yuki-Ko finden? Let's take a break, let's go back. Ich agree. Wir müssen Chia resten lassen. Jupp. Ich habe nie gesagt, dass ich einen Freude brauchte. Ich kann trotzdem weitergehen. Es geht nicht. Es ist nicht so, dass wir nicht, dass du das kannst. Es ist nur... Wir müssen Yuki-Ko-san saveen, egal was. Jetzt, dass du die Macht hast, kannst du mit uns fighten. Es wäre viel besser für uns alle, wenn du deine Kraft zurückhältst. Deswegen sagen wir, dass wir zurück und regroupen sollten. Aber Yuki-Ko ist noch hier drin, nicht wahr? Ich... Ich... Oh... Wenn das Yuki-Kos true feelings waren, dann muss ich ihr etwas erzählen. Ich bin nicht so stark, wie sie denkt. Es ist, weil sie mit mir war. Ohhhh, die Kraft der Freundschaft. Weil wir immer zusammen waren, ich konnte so das zu tun. Wenn wir nicht... Ich... Du musst deine Kraft zurückbekommen. Dann kannst du ihr ihr sagen. Die Yuki-Chan ist normal. Die Schäden nicht normalen Menschen attacken. Aber warum wurde sie dann hier... Ach so, weil sie aufgebracht war. Sie attacken nur, wenn die Fog hier aufsteht. Aber hier ist doch grad Fog. Oh. Hm. Wenn es in unserer Welt aufsteht. Das ist der Tag, wo es hier aufsteht. Und das ist, wenn die Schäden attacken. So, selbst wenn wir für eine Zeit verlassen, Yuki-Ko-san nicht in Gefahr sein wird, bis die Fog startet, Inaba. Ich bin sicher. Es war das gleiche für den Anbieter und Senpai. Kennst du nicht, wie es in der Stadt foggt war, auf den Tagen, wo sie sterben? Du meinst... Sie wurden von ihren anderen Selten getötet? Der Fog wird meistens erscheint, nachdem es regnet. Aber es hat schon so viel Sonne. Ich glaube, es wird nicht bald bald regnen. Nicht so viel zu worry. Wir werden die Wetterverkastung erstellen, wenn wir zurückkommen. Aber ich kann nicht zurück. Wir sind so weit gekommen. Yuki-Ko ist noch hier. Sie ist alle allein. Sie muss so Angst haben. Dann sagst du mir, wie viel weiter wir müssen, um Yuki-Ko-san zu erreichen. Das ist... Du wirst nicht wissen, was vorliegt ist. Die Wettbewerbe sind noch stärker. Wenn wir uns zu hart und wegwerfen werden, wer wird dann Yuki-Ko-san zu retten? Wir können nicht verlieren, egal was. Bin ich falsch? Alles klar. Ich bin entschuldig. Ich sollte nicht so selbst in den Augen. Let's gehen zusammen. Nein. Nein. Wir werden definitiv zu retten, Yuki-Ko-san. Genau? Genau. Genau. Ich... Ich fühle mich noch schlimmer, als das letzte Mal, als ich hier kam. Mein Kopf fühlt sich, als ob es öffnet wird. Sind Sie alle okay? Nein. Warum nur Chie... ... ist dank zu diesen, wegen den Brillen? Das ist richtig. Siehst du nicht die Schrauben. Oh, ja. Was ist mit diesen Schrauben? Hat dein Gesicht schlecht gemacht? Mann. Mann. Du hast es bis jetzt nicht bemerkt. Wie panisch warst du? Tam, tadaam. Ich habe ein Paar bereit für Chie-Ko-chan, auch. Hier geht's! Was kriegt sie für eine Farbe? Ich habe schwarz, äh... Jusuke... Kriegt sie grün? Wahrscheinlich, wahr? Oh, nee. Gelb. Was? Das ist großartig! Es ist wie eine Farbe, die nicht existiert! Warum hast du nicht die früher, wenn du sie hattest? Ich habe sie gerade gemacht. Du hast mir nicht gesagt, dass sie kommen. Es war so schade. Ich meine, schade. Schade? Oh. So, das ist der Trick. Ich fragte mich, wie ihr alle könnt ihr sehen, wo ihr gehen könnt. Hey, ist es okay, wenn ich sie behalte? Für sicher! Wir müssen hier hier bleiben. Aber ich werde wieder mit diesen Puppen zurückkommen. Ihr dürft ihr nicht hier ohne mich kommen, gottet? Ja, ja, ja. Ja, ja, gee. Keine, keine Ahnung. Es ist viel zu gefährlich. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, werden wir nicht das Problem lösen, oder wir können Yuki-Ko-san lösen. Genau? Ja. Ich bin agree. Ich versuche, ja. Ich bin sicher. Let's save Yuki-Ko. Let's solve the case. This... This'll be a breeze for us. Let's save Yuki-Ko! Alright. So, from tomorrow on, we'll try and come here as much as we can after school. And that includes days off. Also, yeah. Would you mind being our leader? You were the first to get this power. And you're way better in a fight than either of us. I think it's best for all of us if you set the pace of the investigation and we follow your lead. I'm cool playing second banana. Second banana? Sure, why not. Okay. We're counting on you. I mean, I'm more the advisor type, you know? An ideas man, not an executive. I'm with Yosuke. If you're the one who calls the shots, I'd feel a lot more comfortable about this. I'm with Yosuke too. If you're the one who calls the shots, my pillow will be a lot more comfortable at night. Teddy, would you please stop talking? I'm really on edge right now. You've been anonymously appointed team leader. Your days of pursuing this case alongside your friends have begun. Ta-da! Oh, there's a new Persona. Oh, there's a new Cotter. Though art I, and I am though. Though hast established a new bond. It brings thee closer to the truth. Though shalt be blessed, when creating Personas of the fool Arcana. Oh! I will... You have established an investigation of the social link of the fool Arcana. Okay, jetzt kann ich erst... Ach so! Fusen kann ich nur, wenn ich das... Wenn ich den Social Link hab vom passenden Arcana, oder wat? You may... Also, dann können nur die Sachen rauskommen. Jetzt kann ich, ähm... Personas bekommen, die halt... Was der Fool im Deutschen dem Now entsprechen, ne? So wie ich's verstehe. Und ich muss mal kurz nebenbei in Discord gucken. Weil da... Dinge geschrieben werden. Ähm... Mhm... 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 Okay... Okay... You may earn... NXP Bonus when Fusing... Nee, NXP Bonus... Okay... Kannst du immer aber... Nur bis zu dem Level, was du hast. Let's get some rest for today, so we're ready for tomorrow on. And don't forget to check the weather forecast. It gets foggy after a lot of rain, so let's keep an eye out. Also, let's make sure we gear up for next time. Okay... Ich würde mir wieder jede Menge Kohle bekommen. After a few days of rain, fog may set in. Keep an eye on the weather while continuing to explore the TV world. Exploring the TV world will use up your after school or afternoon time. Nachts kann ich das nicht machen, okay. Okay, you decide to return to Junes and go back home.